so wie jeder das macht einfach zur tankstelle fahren dann da tanke und nicht einfach hier drin habe ich doch ausgeschaltet klack klack noch klein das da das ist ja wo kommst du denn her er will auch tanken ok die tankstelle muss ich auch weiter rauslegen aus dem rohrwirrwarr entfernen kleiner war gerade keine erreichbare ziehe wieso nicht was ist das ok ja 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 So, machst du das erst mal, ich habe hier nichts zu tun. Ach, wir haben vergessen, die Schlacke wieder einzuschalten, die Schlacke abtraten. Oh, und verbunden ist auch noch nicht. Oh, oh. Ja, wie sagt die Schlacke? Die Schlacke kommt vom Kupferverhütung, von der Kupferverhütung. Diese hier, aber die muss ich wieder einschalten und das vergesse ich nach dem manuell entleeren lassen, immer wieder. Weil ich habe da noch nichts rum getestet, ob ich da vielleicht, ja automatisch leeren oder. Aber wenn ich will, ich auf LKW Export. Ja, da ist sie an. Aber die können das Zeug erst holen, wenn ich hier auf leeren gestellt habe. Ah ja, die staut sich natürlich hier noch, die kann ja noch nicht weiter. Die kann noch nicht weiter. Keine Fahrzeuge. Haben wir immer noch keinen? Da ist kein Beziehen. 3.100 haben wir doch. Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Also ich habe es nicht leicht, ne? Ey, fünf Autos zugewiesen. Das sieht doch nicht so aus, als Winde. Ist ja schön, dass du da machst. Die hat doch mehr Reserve. Ja. Roh-Benzin-Verarbeitung. Bestimmt auch tanken. Ja, auch natürlich in der Mitte. Eierkopf. Machen wir den auch aus. So gar nicht erst. Gewöhnt euch an die Tankstelle. Habe ich sie nicht gerade ausgemacht, ihr habt. Also ich... Hä? Aber die habe ich ja meine, die können ja anbleiben. Aber die hatte ich doch schon ausgemacht. Oder habe ich die wieder im Wahn wieder eingeschaltet oder im Vorbeirutschen oder... Keine Ahnung. Kann ja bald nur so gewesen sein. Denn sie waren ja nur mal noch eingeschaltet. So was haben wir noch. Kleine Laster. Kleine Laster sind immer lustig. Der will auch tanken. Ja. Ja. Aus. 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 Ihr könnt zur Tankstelle fahren. Verdammt nochmal. Dafür ist sie da. Dazu. Ist sie da. Und ich setze sie auch noch weiter vor. Aber da müsstest du doch eigentlich herankommen. Und wenn ich dann eben dann die da besuchen sich unbedingt die aus, wo sie nicht herankommen. So was mit unserem Schiffchen. Wie ist es auf der Karte aus? Aha. Achtung. Da brauchen wir erst einen Motor oder sowas. Ja. 220. Ja. 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 20. Wie gesagt von dem alten. Bei bei der einfachen Destillerie. Da haben wir ja bei 80 von 18. Warte. Wir haben doch ja eine. Kann mal gucken. Sieht immer besser aus. So. Bei diesem Rezept. Haben wir aus den 18 Rohöl. Nur acht. Diese rausgekriegt. also zehn punkte zehn liter weg und dann braucht man sich eigentlich wenn man das weiß dann braucht man sich auch nicht wundern dass das so schnell weg ist und benzin nicht lange reicht aber ist nächstes mal wirklich wissen dann würde gleich würde ich gleich hier solche so eine anlage worden mit destillation stufe 1 und 2 der christ nämlich 12 raus aus den 18 plus mittel destillat und schweröl und auch und saures wasser und was noch alles für zeug saures wasser ist habe ich jetzt hier dürfen die grünen nicht hören das verklappe ich hier gerade mit aber es nur da unten im wasser da hat sich ja ich müsste seine verkalkung lösen sondern so ein hausmutter tipp da geht das wohl gut mit weg so kann ich jetzt mal endlich hier so einen bagger kriegen immer noch nicht warum nicht wie sie kriegen kein sprit wahnsinn oder ja hier läuft unsere produktion läuft durch ja so ist das schöne können einfach hinten rein schweißen läuft automatisch fühlt sie sich nach und nach dass sie fällt mir so an die spiel so das macht das macht spaß aber hier die kraftwerk schon wieder sehe dann ach so rote teile soll ich mal spaß und sagen wir mal eins dran basteln so so dann muss hier wieder schon stein weg dann kommt ja schon stein dafür auf die außerzeit hier auf diese auf diese was zu drehen kommt doch her du so ist ja schön so und hier ein klein klack ein kleiner klack fürs röhrchen ein großer für die entwicklung der energiewirtschaft haben wir schon wieder gültende teilen wir haben wir nicht dann können wir also nicht verbessern was macht er denn nur ein megawatt fehlende materialien 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 kohle ja kohle kommt hier gar nicht keine kohle kein dampf das ist wie im richtigen geben ach gucke mal unsere dicks läuft schon die von 180 wieso muss man das 80 die teilen schon auf was kriegen und ein eisenschrott kupferschrott gold gold schrott zerbrochenes glas das wird auch noch seine da weiß ich auch noch nicht so richtig wie das wie das funktionieren wird mit dem gas gas glas glas so was ist hier los mit dem habe ich doch wieder eingeschaltet so dass also unsere wert wertstoff rückgewinnung was ja mach mal keinen scheiß mit meinem gebäude hier und so ja dann mache ich ihn weg überredet so katalytisches reforming ja das wollte ich schon immer mal haben und wir haben immer noch kein bagger weil wir kein spurt geliefert kriegen ich gehe mal ganz kurz auf toilette ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 diese dünne Röhrchen hier noch. Quatsch, so. Da habe ich blöd auch vorher auch schon dann einfach mal abgerissen. Das habe ich also auch schon fertig gebracht. Einfach abgerissen statt einfach zu verbessern. Der Durchfluss, das macht wirklich viel aus. So, was habe ich zwischendurch noch?